Bevor es am Nachmittag um 15.10 Uhr für den TV Augsburg im Spiel gegen Linz losgeht, trafen sich in der Früh alle beteiligten Mannschaften zur Eröffnungszeremonie in der Skaterhalle im Chiviski. Bei der kurzen Einführung wurden die Mannschaften offiziell begrüßt. Das zweite Vorrundenspiel des TVA am heutigen Tag findet dann um 18.30 Uhr gegen die Schweizer Mannschaft Labaross statt. Über diese beiden Spiele wird TVA TV natürlich auch wieder mit Videozusammenfassungen berichten.